Yo Leute und willkommen zurück zu No Man's Sky. Ich habe mir eine Sache überlegt und zwar, bevor wir jetzt hier irgendwas weiteres angehen, werde ich auf jeden Fall mal für Solarzellen hier sorgen, die hoffentlich unsere Energieversorgung hier mal auf eine etwas nachhaltigere Basis stellen. Dafür müssen wir allerdings noch Technologien bauen und man sieht auch schon, es gibt hier diese zentrale Wohntechnologie, hier unten haben wir so einen etwas abgespeckten Erforschungs- und Kaufstammbaum hier für die geborgenen Daten und ich glaube alles was hier drin ist als Basis sollte man prinzipiell mal haben. Und zwar haben wir das Solarmodul hier, das kaufen wir uns jetzt auf jeden Fall mal. Das müssen wir dann nur noch bauen aus Metallplatten und Gold. Gold wäre das etwas größere Problem, das gibt es am häufigsten in Asteroiden, habe ich gesehen. Da müssen wir gleich mal hochfliegen und vielleicht noch ein bisschen Gold farmen. Das Gesundheitsmodul hier kaufen wir uns auch mal. Und eine Gefahrenschutzeinheit, mit dem die Gefahrenschutzsysteme aufgeladen werden können. Ich weiß nicht, ob ich diese beiden Sachen so unbedingt brauche, Gesundheit aufladen und Gefahrenschutz aufladen, das läuft meistens auch so irgendwie, zumindest bis jetzt. Aber die Solarzellen, die sind auf jeden Fall wichtig. Und jetzt fliegen wir mal nach oben und schau mal, dass wir irgendwo vielleicht nochmal so ein bisschen Gold herbekommen. So fünf brauche ich noch, um zumindest mal ein Solarpanel zu bauen. Und warum fliegen hier eigentlich neuerdings immer Piraten rum? Das gibt es doch gar nicht. Dann geben wir mal ein bisschen Gas. Okay, die fliegen hier auch in irgendwelchen Asteroiden offensichtlich rum. Ah, nicht in Reichweite, hä? Der ist noch eine Minute weit weg. Wer ist denn jetzt hier gerade die eigentliche Gefahr? Das gibt es doch gar nicht. Du bist offensichtlich eine Gefahr. Du warst eine Gefahr, mein Junge. So, da war Kobalt drin. Warum ist denn der so weit weg? Kopfgeld 300.000. 300.000, ja, das lohnt sich ja richtig. Und würde ich sagen... Gucken wir doch mal, dass wir den bekommen. Der hat auch gar nicht mehr so viel. Ja, er schießt aber ordentlich. Oh Gott, er ist viel weiter rumgeflogen, als ich dachte. Da haben wir ihn doch schon, würde ich sagen. So. Jetzt müssen wir mal irgendwie gucken, dass wir hier an Gold kommen. Oh, und wir haben kein Inventar. Ach doch, Gold haben wir ja so oder so. Doch, wir haben ein Stack Gold. Von daher, wenn hier irgendwo Gold rauskommt, das sammeln wir wenigstens ein. Okay, mit den Raketen kann man nicht so gut hier fahren. Inventar. Neuer Korvax-Prüfungskandidat. Inventar. Oh. Ach, guck mal, ich hab sogar Goldklumpen hier. Das seh ich ja jetzt erst. Da kommt ja auch noch Gold raus. Ich hab jede Menge Gold. Wir können schon wieder umkehren, Leute. Ich hätte mal von Anfang an diese Goldklumpen aufmachen sollen. Wo ist meine Heimatbasis? Da. Ach so, Impulsantrieb nicht verfügbar. Raumstation in der Nähe. Irgendwas ist ja immer, warum man hier nicht gescheit beschleunigen kann. Au, Mann. So, jetzt vielleicht? Nein, planetare Störungen. Okay, wir fliegen jetzt einfach ganz normal hier durch. So, jetzt würde ich natürlich gerne meine Solarzellen auch mal testen, wenn ich sie jetzt baue. Aber ich fürchte, wir haben Nacht. Da kommt jetzt eh gerade nicht ganz so viel bei rum. So, hier sind wir auf jeden Fall wieder. Und hier ist auch mein Lieblingslandeort. Ah, nein. Jetzt sind wir doch irgendwie dran vorbeigeflogen. Dann halt hier. Aber relativ optimal gelandet, würde ich sagen. Ist der Fußweg nicht ganz so weit. So, jetzt möchte ich gerne bauen. Strom und Industrie, Energie. Ach, guck doch mal. Ist das herrlich. Ähm, ich hoffe mal, Schattenwurf ist irgendwie egal, wenn meine Hütte hier in Schatten wirft, dass das dann nicht so hart, nicht so gut wirkt. Ach so, achromatisches Metall und, ähm, Metallplatten brauche ich auch noch. Also ich will eigentlich mal mindestens zwei bauen. So, von daher zwei Metallplatten. Und jetzt sollten wir es eigentlich bauen können. Ich stelle jetzt einfach mal zwei hier hin. Wie gesagt, in der Hoffnung, dass irgendwie der Schattenwurf von meiner Hütte das nicht so beeinflusst. Äh, nein. So, verkabeln. Auch an die Batterie. Muss da auch noch irgendwas rein? Oder warum haben die auch keine Energie? Ja, Generator, okay. Nicht genug Licht, weil wir gerade hier mitten in der Nacht sind. Das ist klar. Aber ich schätze mal. Ah, da tut sich was. Es ist gerade Sonnenaufgang und es erzeugt Energie. Ist es nicht cool? Und wo geht diese Stromkabel hin? Ach so, ja, hier ins Haus. Ich habe auch schon gesehen, weil das, glaube ich, mit der Zeit ziemlich Panne aussieht, die ganzen Stromkabel, die hier rumliegen. Dass man die auch so irgendwie so unsichtbar machen kann. Erzeugt 25, 24 kp. Ich weiß gar nicht, was so die Maximalleistung ist, die das Ding hier verbrauchen kann. Okay, es verbraucht 20 kp. Das ist wahrscheinlich mein Blumenkrog da. Das heißt, ich mache immer noch 30 kp pro Sekunde plus im Moment. Zumindest, wenn hier die Sonne scheint, weil ich habe zwei Solarmodule. Ach so, jetzt müsste man es sogar hier sehen, oder? Hier sieht man auch, wie viel reinkommt. Genau, Laderate 30 kp. Ist das nicht geil? Wenn die Sonne scheint, wird mein Trog jetzt automatisch versorgt mit Energie. Und wenn die Sonne nicht scheint, wird er aus der Batterie gespeist. Ist das nicht eine göttliche Konstruktion? Und wenn ich irgendwann mal viel zu wenig Energie haben sollte. Das muss ich jetzt mal testen, ob ich damit über die Nacht komme mit der Konstruktion. Ansonsten kann ich auch noch meinen Biotreibstoffreaktor benutzen. Oder einfach noch eine Solarzelle daneben bauen. Ja, und man sieht, sie stehen mitten im Schatten. Dann muss ich nochmal recherchieren. Wenn das wirklich einen Einfluss hat, dann müsste ich sie da oben auf diesem Berg bauen. Und da wird es dann, glaube ich, gut stehen. So, jetzt können wir mal unserer eigentlichen Aufgabe weiter nachgehen. Beziehungsweise ich könnte auch mal Sachen einlagern. Das würde mich mal interessieren. Sind wir immer noch im Plus? Laden wir immer noch auf? Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Schrank da so viel Energie verbraucht. Oh ja, der verbraucht 5. Wir sind mittlerweile bei einer Laderate von 75 kp. Okay, weil das Ding hier mittlerweile 50 kp schafft. Und das hier auch. Okay, da steht noch weiter im Schatten als das. Okay, ich würde vermuten, dass es dann wirklich nur rein von der Intensität von der Sonne abhängt. Und nicht nur vom Schattenwurf meines Gebäudes. Okay, und der Energieverbrauch hiervon ist eigentlich komplett zu vernachlässigen. 5 kp pro Sekunde. Was wollte ich sagen? Kobalt, ionisiertes Kobalt. Die Wasserstoff brauche ich. Solanium brauche ich auch nicht. Süßwurzel und die Beere da wollte ich mal verkaufen. Das kann komplett weg. Dioxid, Kupfer, Chromad, Kohlenstoff. Ja, ich würde sagen, der Rest. Der kann mal hierbleiben. Aber es sind schon mal immerhin wieder ein paar Slots frei. Fäzium kann auch hierbleiben. Ja, das von mir aus auch. Gut. Hätten wir mal ein bisschen Platz geschaffen. Dann können wir uns jetzt wieder auf... Wenn wir den Schalter schon haben, machen wir ihn jetzt auch aus. So, mal gerade gucken, was unsere Solarpanel zu abwerfen. Mal gucken, ob es noch weiter rauf geht. Ja, 50. Vielleicht ist 50 auch so das Maximum. Aber nur in den ersten Sonnenminuten gibt es nur 25. So. Ach ja, genau. Ich soll irgendwelche komischen Frostpflanzen bauen. Dioxid. Und Frostkristall. Weil die Frage ist, wo gab es das nochmal her? Das ist eigentlich, finde ich, die größte Herausforderung an dem Spiel. Sich zu merken, wo man was herbekommt. Dioxid. Kann aus gewöhnlichen Mineralien oder in großen Ansammlungen zu finden. Ich würde sagen, das ist sowas wie Kupfer. Oder? Na, man weiß es nicht. Und was suche ich noch? Ein Frostkristall. Diese organische Verbindung, ein wunderschöner blauer Kristall, ist sowohl lichtdurchlässig als auch widerschanzfähig. Sie kann von den Blättern des Frostwurz gewonnen werden. Ach so, Frostwurz. Gefrorene Knollen. Ähm, die Frage ist, was ist nochmal Frostwurz? Gefährliche Flora. Okay. Beutelgift. Dioxid brauche ich auf jeden Fall auch. Das ist nicht so weit entfernt. Und da ist auch Frostwurz. Das ist noch ein Stück weiter. Und noch mehr Dioxid. Ja, wir gehen mal grob in die Richtung. Da ist auf jeden Fall irgendwie mal alles, was ich gerade brauche. So, mal wieder. Na gut, wenn man so jetzt so nah an der Basis ist, könnte man natürlich mal, ähm, solche Sachen nutzen, wie ich gerade gelernt habe. Ähm, diese Schränke, um mein Leben und mein Lebenserhaltungssystem und mein Schutzsystem und keine Ahnung was, alles mal in der Basis bequem aufzufüllen. Obwohl ich mich dadurch, damit auch eigentlich einfach, ähm, ins Haus begeben könnte. Das lädt doch auch diesen ganzen Driss auf, oder? Es kann übrigens sein, dass man dieses verrostete Metall nochmal zu Ferretstaub weiterverarbeiten kann. Na gut, Pistolenmunition. Seit ich rausgefunden habe, wie man die herstellt, bin ich eigentlich nicht mehr auf diese Funde angewiesen. So, Ferretstaub, aber immer wieder für Metallplatten so gerne gesehen. Sauerstoff. Sauerstoff und Feritstaub. Reines Ferit. Das sind eigentlich so die Sachen, die ich zumindest im Moment so am müßigsten zu sammeln finde. Und die Metallplatten brauchen wir für ganz schön viele Komponenten mittlerweile. Reines Ferit. Also die großen Dinger sind immer reines Ferit. Wo ist jetzt eigentlich meine Markierung hin? Bin ich irgendwie ein bisschen vom Weg abgekommen? Kann das sein? Ach, da unten. Dioxid-Ansammlung. Und die Wasserstoff. Ach so, hierfür brauche ich den Terrain-Manipulator. Das dachte ich mir ja fast schon. Bin... Äh, war das jetzt der richtige... Ach ja, doch. Wiederherstellen, abbauen. Doch, abbauen ist definitiv der richtige Modus. Wofür sammle ich das gerade nochmal? Für die Frostwurzsamen? Oh wow, ich könnte auch eine Fahrzeugbucht bauen. Das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Ach so, weil ich jetzt gar nicht mehr an meiner Basis bin, habe ich jetzt andere Bausachen hier. Oh man. Oh man. Aber das war anscheinend auch schon alles gewesen hier, ja? An... Was ich hier auch immer gerade abgebaut habe. Dioxid. Oder ist hier immer noch Dioxid in der Erde? Aber ich glaube nicht, oder? Ach doch, irgendwie schon, oder? Das sind aber mehr so... Ebenhafte Ablagerungen. Kann das sein? Man sieht hier ja immer wieder, dass hier so eine weiße Oberfläche ist. Ne, lieber mal nicht hier runterfallen. Oder sind das mehr diese Splitter hier? Hm. Wie viel von diesem Zeugs haben wir denn jetzt? Und beziehungsweise... Äh genau, Frostwurz. Was sollte ich nochmal anbauen? So eine Frostpflanze, oder? Sieht man die hier irgendwo? Gefrorene Knollen. Frostwurz. Süßwurzel. Dioxid-Ansammlung. Wie weit war die weg? Hm. Hm. Wie weit war die Limit? Bet sind Miaik. Süßwurzel. Süßwurzel. Jo, das könnte ein bisschen reichhaltiger sein, oder? Das sieht mir auch eher aus wie so ein Kupferabkommen, aber es ist auch hier mal wieder relativ schnell weg. Ja, das ist auch noch so eine Aufgabe, die ich irgendwie habe, mal so industrielle Abbaudinger zu bauen. Keine Ahnung, ob die hier dann irgendwie mehr rausziehen. Oh, Leute. Das wäre auch noch mal zu erforschen. So. Süßwurzel, Süßwurzel. Wo ist mein Frostwurz hin? Da. Oh, das ist ja doch noch ein Stück weiter, als ich dachte. Vielleicht sollte ich auch irgendwann mal so eine Fahrzeugstation bauen, um mich hier mal ein bisschen besser fortbewegen zu können. Oh, ne. Das war falsch. So, das waren auf jeden Fall jede Menge Frostkristalle. Und hier stehen voll viele von diesen Frostwurzen rum. Frostwurz. Hatte ich hier nicht gerade auch noch irgendwo so ein verborgenes Funkmodul oder so gesehen? Ach, da hinten. Ja, das ist noch ein Stückchen weiter weg. Okay, es sieht auch so aus, als wenn die gar nicht ganz kaputt gehen. Das ist eigentlich schon mal ganz cool. Die wachsen bestimmt nach und dann kann man sie noch öfters abfarmen. Juhu, dann würde ich sagen, ich hoffe jetzt mal, dass das reicht. Da ist noch so ein Ding. Wir haben ja doch einiges eingesammelt von jedem. Ach, ne. Tragbar. Ach man, schade, dass ich das Rezept jetzt hier nicht nachgucken kann. So, das hier brauchen wir natürlich auch immer wieder. Auch wenn hier nicht die Welt rauskommt, ist besser als nix. Wenn es schon mitten auf dem Weg steht, dann nehmen wir es wenigstens mit. Aber irgendwie hatte ich hier jetzt gerade noch so eine Markierung auf meinem Display. Hatte ich hier nicht gerade noch so eine grüne Pflanze irgendwo gesehen auf meinem Display? Naja, egal. Kümmern wir uns lieber darum, wieder zum Schiff zurückzukommen. Mann, da könnte echt ein bisschen mehr im Jetpack drin sein. Ja, ouch, danke. Eh. Nein. Jo, und da sind wir schon wieder. So, mal sehen. Ich gehe auch mal gucken, was unser Akkustand macht. Interessiert mich jetzt mal doch, wie voll wir das in Kriegen hier bei Tach. Oh, komplett voll mit zwei Solarpanels. Ja, das ist ja mega krass. Dann kann ich ja wahrscheinlich meinen Lagerungsschrank da eigentlich auch komplett anlassen die ganze Zeit. So, Landwirtschaft, Frostwurz. Können wir jetzt bauen? Dioxid und Frostkristall. Wir haben von beiden genug, aber wir könnten uns jetzt auch den Spaß machen und das Ding einfach mal hier draußen hinstellen. Korrekt? Genau, zum Farmer zurückkehren. Du bist mit Frostwurz zurechtgekommen? Deine Basis fühlt sich viel gemütlicher an, oder? Ja, bestätige mal mit 50 Frostkristall. Gut, dass ich nicht noch mehr verbaut habe. Bist du nicht auch von ihrem Schimmer fasziniert, mein Freund? Ich habe ihr zartes Funkeln schon stundenlang bewundert. Aber jetzt eine völlig andere Pflanze. Neues Gebäudeteil erlernt. Die Sonnenrebe. Diese lebenden... Danke. Dieser lebende Felsen ist an die Lebensumstände in extrem hitzesengend heißer Biome angepasst. Er kann jedoch in den meisten Umgebungen angebaut werden und bringt eine moderate Ernte mit. Geeignet für Hydrokulturpflanzenanbau in Gebäuden. Benötigt beim Anbau in Freheim ein heißes Klima. Lass mich raten, das soll ich jetzt bauen? Und entweder finde ich das auf heißen oder vulkanischen Planeten. Deine nächste Nutzpflanze ist die Sonnenrebe, die tief in der Hülle verbrannter Welten wächst. Sie braucht die Hitze der Sonne oder des Kerns eines Planeten. Ihre Wurzeln können so unglaublich lang werden, dass man früher dachte, sie würden nie enden. Aber keine Sorge, mein Freund. Hier in unseren Anlagen sollten wir Erwachstum besser kontrollieren können. Bedienst in Talehal möchte, dass sie eine Sonnenbeere kultiviert. Eine Pflanze, die normalerweise nur unter extremer Hitze wächst. Wenn ich doch nur so hell strahlen würde wie die Sonnenrebe. Ich beneide dich um die Freude der Entdeckung, mein Freund. So, kann ich das jetzt schon abbauen hier mittlerweile? Ne, ne, war noch nicht lang genug drin. Wird wahrscheinlich auch so um die 16 Stunden dauern, denke ich. Solanium und Phosphor. Solanium haben wir gerade weggelegt, aber ich vermute nicht genug. Und Phosphor ist auch nochmal so ein Ding, was ich glaube ich noch nie gesehen habe. 25 habe ich, nice. Und ich brauche 25. So, Dioxid kann erstmal weg. Ich glaube Frostkristalle auch. Oh, den könnten wir auch mal verkaufen. So, das sind die drei Sachen, die ich mal verkaufen will. Tja, wir brauchen Solanium. Ich vermute mal auch mehr als genug, weil er bestimmt auch wieder 25 Solanium haben will, nachdem wir fertig sind. Da wissen wir ja schon ungefähr, wo wir hin müssen, Gott sei Dank. Du bist mit so vielen Spezieskontakt, mein Freund. Welche magst du am liebsten? Gag? Ja, die Wüken töten, die Korvac studieren. Nur die Gag erschaffen. Na komm, wir schleimen mal ein bisschen rum. Ah, hervorragende Antwort, mein Freund. Ja, wer hätte es gedacht, wenn ich einem Gag sage, dass ich die Gag am liebsten mag, dass das für ihn eine hervorragende Antwort ist. Du bist sehr weise. Ja toll, es hätte wenigstens mein Ansehen bei den Gag nochmal verbessern können. Hm, ich glaube Phosphor habe ich echt noch nie gesehen. Kann das sein? Ach doch, da, Phosphor. Lokales Mineralabbauprodukt, das üblicherweise in großen Ansammlungen zu finden ist oder nach der Überprüfung mit einem Analysevisier aus gewöhnlichen Mineralien gewonnen werden kann. Okay, das scheint relativ einfach zu finden zu sein. Und Solanium wissen wir ja mittlerweile auch, wo wir es herbekommen. Das heißt, wir müssen nochmal einen Ausflug zu unserem heißen Planeten machen, den wir ja mittlerweile entdeckt haben. Die Frage ist nur, nein, in welcher Galaxie ist der gewesen? So, ab dafür. Ach ja, ich habe ja auch die Anomalie-Station direkt über mir kreisen. Das ist gar nicht mal so gut hier für irgendwelche Start- und Landebedingungen. Jo. So, jetzt gucken wir mal uns die uns bekannten Systeme hier an. Achso, ähm, nee, das kann ich ja viel einfacher machen. Entschuldigung. Ich muss erst mal hier bei Entdeckung gucken. Ja, hier war es bestimmt nicht. Ich könnte auch mal alles mein Zeugs hochladen, ne? Ging das hier rüber? Alle hochladen, genau. 339 Nanit. Okay. Ähm, nee, hier sind relativ viele unbekannte Planeten. Heißer Planet. Genau, er war das. Ich muss also nach Yuang-Yi-Obel. Yuang-Yi-Obel. Da, ich sehe schon Yuang-Yi-Obel. Oh, ups da, ups da, ups da. Genau, da wollen wir hinwarpen. So, eigentlich sollte es auch nicht so lange dauern, das Zeug zu finden. Das eine ist, es scheint ein normales Abbauprodukt zu sein. Und die Pflanzen, die ich für das Solanium brauche, kenne ich ja auch mittlerweile. Von daher hoffe ich mal, dass das ein bisschen schneller geht als unsere letzte Suche nach diesen komischen Pflanzen. Ähm. Welcher Planet war es? War es? Hätte ich mir auch mal direkt merken können, ne? Genau, das ist gefroren. Und Shin 11. Ist auf jeden Fall ein heißer Planet. Stopp, nochmal kurz abbrechen. Ich würde mich lieber auf die helle Seite begeben. Autsch. Oh, ähm, nee. Aber nicht dran verweifliegen. Ach so, wir sind schon so nah am Planeten, dass wir hier planetare Störungen haben. Gut. Dann landen wir hier einfach mal, würde ich sagen. Das war mir nicht bewusst, dass ich hier so nah dran bin. Boah, voll der Krater hier. Also es ist schon cool gemacht, ja. So, hier sind auch direkt Pflänzchen, die wir gebrauchen können. Von dem brauche ich, glaube ich... Nee, vom Phosphor brauchte ich mindestens 100, ne? Aber ich möchte von beiden mal mehr mitnehmen, weil ich mit Sicherheit, um die Quest abzugeben, auch was davon brauche. Kohlenstoff Solanium. Habe ich Platz frei? Ja, mehr als genug. Sehr gut. Ach, jetzt habe ich auf den Namen der Pflanze geachtet. Das wollte ich mal tun. Oh, ist mal wieder ein Sturm zur Gange. B, Horn, Delos, Kohlenstoff und Solanium. Und natürlich wieder irgendwelche Wächter, die mir an die Wäsche wollen. Ja, klar. Er fliegt natürlich genau durch die Pflanze durch. Und kriegt dadurch auch noch meinen Beschuss ab. Aber ist mir jetzt relativ egal. Der einzelne Wächter, ganz ehrlich, der macht mir eh nicht so viel. So, Kohlenstoff. Kohlenstoff und Solanium. Vielleicht habe ich auch beim letzten Mal zuerst die Pflanze hier abgesucht mit den Löchern in den Blättern und habe die für die gleichen Pflanze gehalten. Ähm, wie hier die mit dem Solanium. Wo die Lebensstation in meiner Basis ist wahrscheinlich auch nicht die verkehrteste Wahl. Weil wenn ich mir links oben mein Lebensdingens da angucke, da fehlt mir eins. Wird das nicht automatisch wieder aufgefüllt im Raumschiff? Das wäre auf jeden Fall schlecht. Ach, guck mal, hier gibt es was zu analysieren. Dann machen wir das mal. So, na gut, es scheint doch immer den gleichen Namen zu haben. So, irgendwann sollte ich gleich mal gucken, dass ich mein Schild wieder auflade. Und das heißt, mich mal ein bisschen von der Wächterdrohne entfernen. Oh, extremer Hitzeschaden. So, mal wieder aufgeladen. Ja, der Sturm könnte mal aufhören. Das wäre doch irgendwie angenehm. So, jetzt. Wie viel Solanium habe ich jetzt? Sieht man es irgendwo? 68. Ja, so 30 bräuchte ich nochmal. Mein Schild müsste sich doch eigentlich auch automatisch wieder aufladen, oder? Das ist auch so krass, dieser Krater hier. Aber da hinten ist auch eine Höhle. Vielleicht finde ich da noch das drin, was ich als nächstes brauche. War nicht irgendwas? Was ich nur aus einer Höhle gekriegt habe? War es der Phosphor? Aber Phosphor waren doch irgendwelche Metallvorkommen, oder? Wieder sekundär. Ah, da fühlt sich, wenn ich außerhalb des Kampfes komme, dann fühlt sich mein Schild wieder auf. Kohlenstoff, Stickstoff. Irgendwas war doch hier gerade zum Erforschen. So. Na ja, gut, das gibt ja auch nochmal ganz nett. Ferrit-Staub hier. So, Solanium. Solanium. Wo ist es? Ähm, 87. Echt ey, super nervig dieser Planet. Vielleicht muss ich mir nochmal irgendwie ein bisschen friedlicheren als im Planet irgendwo suchen. Aber dass man hier die ganze Zeit von diesen Wächtern angegriffen wird, das nervt ja schon auf Dauer so ein bisschen. Ja, schieß auf mich, ist okay. Keine Ladung mehr für den Minenlaser. Aber da wir hier mehr als genug Kohlenstoff abbauen in diesen komischen Pflänzchen. So, vielleicht reicht das ja jetzt mal hier für die letzte Solanium-Ration. So, 117. Das ist, glaube ich, mehr als ich brauche. Jetzt würde ich sagen, hängen wir den Wächtern nochmal ab. Und dann verkriechen wir uns. Oder vielleicht kann man es ja beides gleichzeitig machen und miteinander verbinden. Wir verkriechen uns hier in eine der Höhlen und gucken, ob wir hier nächstes Mal Phosphor oder sowas bekommen. Hier gibt es auf jeden Fall viel nicht identifiziertes Mineral und die Höhle ist mal richtig eng. Ja, und ich würde sagen, jetzt haben wir sie einigermaßen abgehängt. Warum auch immer jetzt meine Taschenlampe ausgegangen ist. Und dann würde ich sagen, schauen wir beim nächsten Mal weiter, ob es hier unten auch irgendwo Phosphor gibt. Ich sage hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis dennne. gegen. Nein, bähomme. heard. Dá. Däh, nehme. eau. Wirken. !」